guten tag und herzlich willkommen an diesem wunderschönen weihnachtstag ich habe hier schon mal die e03 in auf die gartenbahn gesetzt sie kriegt natürlich durch die schienen strom ja ist ja nun eine modellbahn und wir schauen mal kurz hier ins festlich geschmückte weihnachtszimmer rein hier steht auch schon der baum ich denke dass es bei euch genauso und ja wir werden auf jeden fall eine kurze runde drehen mit etwas weihnachtsmusik lösen erst mal die bremse fahren hier mal am haus entlang ganz langsam bewegt sich das schwere gefährt durch den winterlichen garten hier schneit sogar die lok gibt es auch bis zum 31 12 noch kostenlos im virtual railroad shop falls ihr sowas gebrauchen können ja und damit ist auch das ende des szenarios erreicht es soll eigentlich nur ein kurzer weihnachtsgruß sein also ich wünsche euch einen wunderschönen weihnachtstag und wunderschöne weihnachtsfeiertage und ja ich hoffe wir sehen uns der rob sagt tschüss tschüss